Herzlich Willkommen, mein Name ist Dominik... Oh, F**k. Das Licht heraus. Ich habe vor wenigen Tagen in diesem Interview mit Robert Jungnischke, dem deutschen Blackout-Experten, darüber gesprochen, wie sie sich vor diesem Blackout schützen können, weil sehr viele Menschen mittlerweile davon ausgehen, dass es im Winter dunkel und vor allem kalt sein könnte. Und in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, die passenden Notgroschen und Tauschmittel zu besitzen. Noch mal ganz kurz für Sie. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und in diesem kleinen Sketch wollte ich Ihnen mal zeigen, wie es einen eiskalt erwischen könnte, wenn Sie vielleicht im Supermarkt an der Kasse stehen und das Licht ausgeht, aber Sie Ihren Einkauf nicht mehr mitnehmen können. Für den Fall, dass Sie ehrlich sind und nicht wegrennen möchten mit den Einkäufen, solange der Verkäufer an der Kasse wartet, bis das Licht wieder angeht, wenn es überhaupt wieder angeht, sollten Sie immer etwas Silber und etwas Gold als Tauschmittel besitzen. Und aufgrund dieser Thematik, aber auch der Inflationsthematik, die in den letzten Monaten hochgekocht ist und vor allem der Angst, dass die Währungen immer mehr Kaufkraft verlieren, der Euro gegenüber dem Dollar, haben wir uns gedacht, wir passen für Sie ein passendes Paket als Notgroschen-Set bei uns im Onlineshop an, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Und ich möchte Ihnen auch erklären, warum diese ein Gramm Gold-Eichenor und diese ein Viertelunzen Silber-Eichenor die passenden Tauschmittel sind. Mit diesem Stück hier sind Sie bei knapp 10 Euro, mit 120 diesen Stücken in diesem Set schon sehr gut bedient und haben 120 kleine Tauschgelegenheiten, mit denen Sie Zigaretten, wenn Sie Raucher sein sollten oder vielleicht auch Medizin, Arznei oder lebensnotwendige Dinge tauschen können. Falls Sie keine Taschenlampe haben, wie ich Sie gerade gezeigt habe, oder der Strom ausgegangen ist, kann man auch hier für Streichhölzerkerzen und andere Tauschmittel besorgen. Und mit diesem ein Gramm Stückchen, das derzeit um die 80 Euro liegt, können Sie auf jeden Fall für Ihre Familie für eine Woche Brot oder zumindest mal Getränke heranschaffen, damit Sie nicht hungern müssen. Wer weiß denn, wie lange ein Blackout anhält. Robert Jungnischke, mit dem ich genau über dieses Thema gesprochen habe, geht davon aus, dass dieser Blackout mehrere Wochen anhält, wenn er denn da ist, denn die Systeme und bis alles wieder hochgefahren ist, könnte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, wenn die Schäden überhaupt aufgrund der Lieferengpässe reparabel sind. Jede dieser ein Gramm Goldarchenormünzen hat einen Durchmesser von 16,5 Millimeter, was ungefähr dem Durchmesser eines Krügerands als Zehntelunze oder auch der Wiener Philharmoniker ein Zehntelunzen-Goldmünze entspricht. Obwohl diese Münze nur ein Gramm und nicht 3,1 Gramm besitzt. Jede dieser Münzen hat diese passende Plastikkapsel und das Echtherz-Zertifikat dabei und als besonders wichtiges Merkmal jede Münze besitzt ihre Seriennummer auf dem Zertifikat. Alle Münzen sind made in Germany, alle Münzen werden in Leipzig produziert und sie unterstützen damit auch noch ein deutsches Unternehmen. Auch die Silbermünzen als Viertelunze befinden sich in einer versiegelten Münztube, die ein spezielles Edelgas inne hat. Dieses Edelgas nennt sich Argon und umhüllt die Münzen mit einem speziellen Schutz, dass sie nicht anlaufen und wie sie es vom Silberbesteck kennen, weiße Flecken bekommt, das dann nach einigen Jahren so aussieht, als hätte die Münze Flecken oder braune Verfärbungen. Und genau deswegen empfehlen wir dieses Paket, denn sie bekommen 120 verschlossene ein Viertelunzen und 15 mal ein Gramm Goldarchen-Noah-Münzen. Hier im Onlineshop finden Sie dieses Kettner-Notgroschen-Set mit ca. 2.500 Euro zum aktuellen Zeitpunkt und hier finden Sie das Interview mit Robert Jungnische, das auch in wenigen Tagen schon wieder die 100.000 Aufrufe geknackt hat. Vielen Dank dafür, ich freue mich natürlich immer, wenn Sie dabei sind. Viel Spaß beim Investieren und beim nächsten Video.